zuvor bei Alien Isolation ok er will sich reformatieren quasi er will er will sie so formatieren dass er zu der station gehört so wie es aussieht ich kann nix machen außer zugucken sieht so aus ging doch super wot 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 wo wärs wie gesagt jesus wot 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 wo ist red das ist diesen blau grün schwarz wo ist rot da ist rot wot dann ja habe ich schon auch wenn hier ein gelbes hingeht ich denke mal das soll blau sein green wow das muss er hier sein mhm zack das ist er hier easy 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 oh das ist jetzt mal eine coole Szene richtig dramatisch richtig actionreich und der letzte muss das hier sein und zack also so viel blitze ich glaube so viel strom würde am ende schon gebraten werden hey samuel sie ist nicht mehr so frisch aus die zack du wot 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 Danke, Samuels. Dein Opfer werde ich... ...irgendwann mal vergessen, aber jetzt nicht. Okay. Okay. Ricardo, wenn du da bist, hol dich auf! Ricardo, Gottdamit! Ich bin hier, ich bin hier, sorry. Samuels ist weg. Shit. Er öffnete Polatransit für mich. Ich gehe direkt da. Ich werde Apollo, um den Lockdown zu halten. Sieben Stunden habe ich jetzt schon drauf. Bäh. Nicht hier hin. Obwohl doch, anscheinend muss ich da hin. Muss wieder... Warum bin ich nicht das erste Mal einfach durchgerannt? Letztlich wieder schlafen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ein Nickerchen schadet nicht. Ein Nickerchen am Nachmittag? Mach den... Sack. Irgendwas. Ich weiß es nicht. Okay, irgendwo hier hin. Da, wo die Luftschleuse war, anscheinend. Aber da war doch nur dieser komische... ...komischer Transportdienst, oder nicht? So, und wir haben unseren... ...eigenen Zug nach Apollo, so wie es aussieht. Ah. Dann besuchen wir mal den KKI einen Besuch ab. Hä? Hat das gerade Sinn gemacht? Sieht so sauber aus hier. Als ob es nie einen Alien gegeben hat. Ich finde leider auch, seitdem es das Alien nicht mehr gibt, ist das Spiel sehr, sehr ungruselig. Leider. Ich habe viel geheult, dass das Alien doch richtig heftig gruselig war und so weiter. Aber jetzt ohne das Alien ist es mir irgendwie seicht geworden. Egal. Wir machen jetzt Apollo fertig und dann ist das Spiel zu Ende, oder? Right? Right. Einige Gegenden kommen mir doch verdammt bekannt vor. So, Metalldetektoren. Ich gehe in der Mitte. Oder ist gerade die Mitte schlecht? Nee, ich glaube, die Mitte ist gut. Oh, nö. Ich muss meine Waffen abgeben. Ich werde beten. Nein, nicht die guten Sachen. Nicht die guten Sachen. Bye, bye. Oh, mein Flammenwerfer. Ich hoffe, ich kriege die wieder. Bip, bip, bip. Auf. Irgendwie wird das Spiel wieder in meinen Augen langweilig. Oh, hier ist was. Ne. Ich bin da. 4-9-3-0. 4-9-3-0. Okay. Okay. Hier müsste ich irgendwo eine Stromleitung ausmachen. Bisher ist alles im Rahmen. Finde ich. Aha. Aha. Es gibt aber keine aktive Gefahr mehr. Es macht so viel hart. Da hat sich irgendwas gerade bewegt. Wahrscheinlich ein Androide. Was ist das denn für eine Serverfarm? Access Tuner. Ricardo, Conduits offline for now. Ich habe die Apollo Schematik hier abgeschmissen. It looks like you can get to the access through the turbine shaft. There will be an emergency shut off nearby. But it won't stay off forever. You have to get inside quickly. Okay, hört sich schon ein bisschen dramatisch an. Ich muss schnell sein, ich darf nicht zu lange warten. Ich muss Strom ausmachen, eine Turbine ist jetzt noch an. Genau die Turbine. Und Turbine ist aus. Wir hacken uns hier ganz schön durch. Oh, Leute, einen Scheiß sicher zu sehen. Wohin, wohin, wohin. Hier, hier. Ex ist Apollo. Wohin, was? Ich lauf schon. Ach, nix. Aha. Gut. Gut. Ah. Der hat gesagt, hier gibt's ganz viele Androiden. Sehr sicher. Safe. What? Nicht, 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 nicht. I can't hardly hear you, Ripley. Your signal to check the end. Fake. Quick, fake. Oh, die. Shit. Die Androiden sehen komisch aus. If you can hear me, find another way to make content. Something's up with my earpiece. Oh, Mann. Der war wohl langsam unterwegs. Überall Gas. So, jetzt hab ich ne Gasmaske. Ja, da fallen mir schon ein paar Orte ein, wo ich... Ich finde, das Ding hier zu benutzen ist, macht mich nervös. Okay. You should be here, sir. Die Androiden sind ein bisschen... ...bisschen anders. Aber genauso langsam. Genau so langsam. Kein Problem. Hier muss ich irgendwo rein. Sie sollten... Sie sollten mich jetzt nicht mehr verfolgen, finde ich. Okay. Wir haben ein Serverraum. Irgendwann ein Speicherpunkt. Das... Das ging gut. Das ging gut. Mhm. Irgendwelche Serverbanken sind jetzt online. Das heißt... Ja, da kann ich durch. Okay. Dann gehen wir mal. Bisher ist alles eigentlich richtig straightforward. Einfach geradeaus laufen. Es sind Androide. Unerwartet. Von Raum zu Raum. Von Raum zu Raum. Okay. Wenn ich diese abdrehe, würde ich einen von ihnen geben, ...gib mir Access zu Apollos Security Banks. Warte ab. Nein! Shit. So viel dazu. Ich hatte die Hoffnung, dass wir auf. Ja. Das Spiel macht jetzt einen total auf Drama. Just Access Tuner. Okay, wohin? Waaah! Da sind ja zwei. Da sind ja zwei. Okay. Das ist ja nicht so. What the fuck? Da sind ja zwei. So, jetzt kann ich hier durch. Low Power. Boah, der hat mich erschreckt. Der hat mich fucking erschreckt. So, da sieht mir nach Apollo aus. Oder? Da sieht doch nach fucking Apollo aus. Und hier ist auch das Terminal. Wie süß. So ein riesen fette KI-Core und da hat er ein kleines Terminal. Ja, ja, ja. Okay. Ist doch nicht so einfach. Ich muss erstmal sein Security ein bisschen ausmachen. Die Frage ist nur, wo und wie und wann. Oh Mann, ist das ein krasser Raum. Voll die Akustik-Schallplatten oder was ist das? What? Was ist das? Verstehe ich gerade nicht. So, einer fehlt noch. Okay. Das ist neu. Das hatte ich bisher noch nicht. Low Power. Okay, aber diese Seite. Was ist das? Press Matching Input with Circuit. Was? Okay. Ja. Geh ich mal von aus. Oh, jetzt kommt das Finale. Fühlt sich schon ein bisschen nach Ende an, oder? Ups, ja, falscher Ausgang. Ich meine, Apollo sieht so fett aus. Wir können jetzt sagen, alles ist gut und dann ist auch alles zu Ende, oder? Das Alien ist ja immerhin weg. So, bin gespannt. Bin fucking gespannt. Consult with Apollo. Hier im. Apollo, zeig mal, was du drauf hast. Ich habe leider keine Waffen mehr. Oh, das sieht cool aus. Die Beleuchtung hier in diesem Raum, sie ist absolut cool aus. So eine fette KI-Kugel. Was muss das nur für ein Supercomputer sein? Oh, das sieht aus wie im Film. Sieht aus wie im Film mit der Mother. Aber... Mod Herr Ruhe. Wie hieß es? Scheiß ist denn, hoffe ich so zu sagen. Was haben wir. Was haben wir. Apollo Code Startup. 1990. Klipp-klick. Disengage Android. Negative. Special Order Improvers Was ist Special Order? 936 Und Kommunikation unterbinden Alle anderen Alle anderen sind unwichtig Kreatur ist nicht mehr auf negativ Scans are unververified Shit Das war ja voll nutzlos was hier Westgate Central Reactor Oh, mach zu Er macht Exit Apollo Beneath Aber wisst ihr was Leute Das war es auch schon für diese Folge Das war es mit Apollo Ich hoffe euch hat es gefallen Wir sind anscheinend doch nicht am Ende Wir müssen auch noch zum Zentralkor Weil Apollo sieht sich nicht sicher Dass das Alien weg ist Aber nichtsdestotrotz Gebt mir einen Daumen hoch Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Wenn ihr die Folge verpassen wollt Und gib mir Flosse Flop Are you Fucking Kidding me Was ist das für ein...